Hallo, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich würd mich sehr freuen, wenn ihr in den Fortnite-Shop geht und mein Credercode eingebt. Äh, Credercode Tomaki heißt der. Einfach so schreiben und dann unterstützt ihr mich. Wieso... Wie, wie... Wieso winke ich immer noch wie ein Dolly? Ladies und Gentleman und dausend herzlich willkommen zu Fortnite Instant Karma Momente! Wir werden also hier wieder das Instant Karma des Todes sehen. So, der Boy ist hier im 1 gegen 1 fight, meine Damen und Herren, wir gucken. Wird er diesen Kill machen oder wird er sterben? Ich bin gespannt, sehr schönes Bouncy Play, wunderbarer Kill. Er lacht den Gegner aus, sagt, hehehe, ich bin der Beste. Oh, nicht den Take DL! Ja! Instant Karma Spiel hat sich aufgegangen, oder? Ja. Spiel hat sich aufgegangen, ja! Instant Karma, Instant Karma. Instant Karma. Fortnite weiß einfach, wenn du so eklig bist und Take DL machst. Deswegen, meine Damen und Herren, falls ihr neu seid, abonniert jetzt kostenlose... Ähm... Ja, äh... Können wir das nochmal machen? Nein? Äh... Ja, da habe ich mich versprochen. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, wenn ihr es jetzt nicht macht, dann kann ich es verstehen, aber... Überlegt es euch nochmal gut, ne? Super. Okay, komm, Alter, wir gehen rein da. Pickaxe, Pickaxe, Pickaxe. Bam, Baby, er wird so den Kill machen. Oh, get... Hey! Jetzt. Ja! Weg mit dir! Ja, besser ist es, wie sie dann immer... Wie sie immer Rage quitten, ne? Wie sie immer Rage quitten. Ja, auf einmal ist er ganz ruhig, ne? Okay, Benji, Fischi. Er lacht seinen Gegner aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's komplett, Bruder. So, den Typen haben wir schon so oft gesehen, der rastet immer aus. Er sagt ja, ja, oder hä? Ja. Ja. Wieso quitten die dann immer alle? Die machen... Die sind so richtig toxik, ne? Ich bin der Beste, Baben. Was ist das, Bitch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist er schüttet? What? Oh mein Gott, ist er... I'm holding left click. Oh mein Gott. I'm holding left click. He didn't shoot. Immer die Leute, die Instant Karma bekommen, ne? Schritt Nummer 1. Erstmal toxik sein. Ich bin der Beste. Take the hell out. Bin der Beste. Schritt Nummer 2. Instant Karma kommt. Schritt Nummer 3. Ruhe. Man hört auf einmal nichts mehr. Schritt Nummer 4. Rage Quit. Oder Ausreden. Immer dasselbe bei Instant Karma. Immer dasselbe. Auf einmal Ruhe. Auf einmal sind sie alle ruhig, ne? Guckt zu. Guckt zu. Schaut die Schritte an. Schaut die Schritte an. Ruhe. Und einfach nur nichts mehr. Immer dasselbe. Okay, er lacht... Er lacht ihn aus. Boogiebomb. 200er ins Gesicht. Oh oh. Und direkt in 200er. Direkt im Wampum wieder kassiert, Alter. Okay. B***, Mumba. Sucka. Oha, okay. Surprise, motherfucker. Ja, besser ist es. Ja. Ruhe. Oh bl***, aber warum? Der 3er kam. Ja, und? Das einzige, was ich verstanden habe. Bodka. Bodka. Bli... Sommerset. Wir können sehr gerne mal zusammenspielen. Streamsniper tanzt. Ein Feinie. Ein Feinie. Ein Feinie. Ein Feinie. So. Was passiert jetzt, Alter? Er versucht, den Gegner zu trollen. Sein Gegner ist im Busch. Sind die letzten zwei. Er wird... Oh mein Gott. Er wird so den Pump-Stottgang bekommen. Okay, das ist aber schon lustig. Das ist schon lustig. Es war so klar. Der Sniper-Schuss. Es war so klar. Ein Kill. Es war so klar. Es war so klar. Shut the f*** up, you're dead. Hä? I'm just kidding. I'm just kidding. Sie sagt, du bist tot und selber tot. Ja. Yo, shut the f*** up, yo. Ah, ja. Haben wir es schon, ne? Auf einmal selber tot. Haben wir es schon, ne? Was ist denn das? Mobile, oder? Ich bin Mobile Clips gar nicht mehr gewohnt. Ähm. Äh. Ist er hier... Aus dem... Hat er Boogie... Auf Gegner Boogie... Runtergeflogen? Auf ihm Fallschaden? Ich... Wir würden gern zahlen, bitte. Ja. Alles klar. Okay, wir gucken. Boogiebomb. Ah, ja. Er baut ihn ein. Er wird so gepumpt. Passt auf. Er wird so gepumpt. Es war so klar. Es war so klar, ne? Das war's komplett, Bruder. Das war's komplett mit dir. Das war's komplett mit dir, Bruder. Ui. Ui. Okay, was passiert jetzt? Er tanzt. Hä? Er sagt, willst du mit mir tanzen? Hä? Hä? Oh, der war aber knapp. Der war... Ey. Der war... Oh. Der war real talk heftig knapp, Alter. Das... Ah, da... Der... Ich hab auch den Hit gesehen. Ich dachte mir so, hä, das ist kein Instant Karma. Der macht einfach einen krassen Clip, ne? Oh, der war so knapp, ey. Der war so knapp, Alter. Okay, wir gucken weiter. Ah. Schöner Pump-Hit. Oh, da kommt der Emote. Oh, er wird so gekillt. Es war so klar. Immer dieser Rage-Cut, ne? So, sie fliegt rein. Ha! Ähm. Wieso steigst du aus? Das war so ein guter Clip. Wieso steigst du aus? Okay. Laserschüsse kommen rein. Drecks Marvel-Waffen. Ah, ja. Es kommt der Snipe. Es war... Ich wollte es gerade sagen. Jetzt kommt der Snipe. Es war so klar. Es war... Ey, das ist... Aber wer mit solchen Waffen spielt, der hat es nicht anders verdient. Wer mit dieser Waffe die Leute nervt und die ganze Zeit abschießt, der hat es sich nicht anders verdient. Einen schönen dicken 200er Headshot ins Gesicht. Zugebader zu bekommen. Bam! Genau so. Lecker. Schöner Snipe. I'm sorry, bro. Das ist mein Kill. Er sagt, sorry, ist das mein Kill. Oh, er hat gemisst. Oh, das war es wieder komplett, Digga. Hat Benji irgendwie... Benji Fischi nur solche Instant Karma Clips oder was? So. Jetzt schauen wir mal. Da war doch gerade ein Gegner. Sie ist auch maximal überfordert. Sie so... Ich will nicht kämpfen. Oh. Und Pump. Nee, doch nicht. Aber das war doch kein Instant Karma, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Hä, die hat doch nichts Böses gemacht. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass hinter ihr wer sitzt. What da? Alter, ihr habt mich gerade richtig erschrocken. Ich so, hä, was ist das da? Aber hinter ihr sitzt einfach wer. Lull. Oh, nein. Nicht mit diesen Superkräften. Fresh. Ja. Verdient. Verdient, muss man einfach sagen. Verdient. Wer mit solchen Waffen spielt, Fresh, verdient. 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 Der Typ sieht aus wie ein Master Skorpion als Kind irgendwie. Ja. Unangenehm an dieser Stelle würde ich mal sagen, dass... äh... junger Master Skorpion. Das war es mir wieder komplett. Leute, ich würde sagen, das war es auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Dann kann ich gerne kostenlos abonnieren. Jeden Abend noch sonst ein neues Video. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht, im Fortnite-Shop meinen Creator-Code einzugeben. Jeder, der ihn nicht eingibt. Du stinkst. Es ist einfach du. Wirklich du.